Gleis 2a bis 10, Einfahrt IC 20, 34 nach Norddeil über Hannover Hauptbahnhof, Abfahrt 16.37 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 11, Einfahrt S7 nach Alexanderplatz, Vorsicht bei der Einfahrt. Eingefahrene Zug auf Gleis 11, S7 nach Alexanderplatz. Eingefahrene Zug auf Gleis 8, S7 nach Alexanderplatz, über Ostkreuz, Michelin. Eingefahrene Zug auf Gleis 11, S7 nach Alexanderplatz, Vorsicht bei der Einfahrt. Eingefahrene Zug auf Gleis 11, S7 nach Alexanderplatz, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 11, S7 nach Alexanderplatz, Gleis 11, S7 nach Rüssel, über Berlin Hauptbahnhof, Abfahrt 22.45 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt. Eingefahrene Zug auf Gleis 11, S7 nach Alexanderplatz, Vorsicht bei der Einfahrt. Eingefahrene Zug auf Gleis 11, S7 nach Alexanderplatz, Vorsicht bei der Einfahrt. Eingefahrene Zug auf Gleis 11, S7 nach Alexanderplatz, ihr 해주elt den Ballst» Eingefahrene Zug auf Gleis 11, S7 nach Alexanderplatz,llen zur Pτάwechsel, Versicht bei der Einfahrt. Gleis Rhein, Einfahrt LJ 257 nach Graz, Hauptbahnhof über Brak, in den Abschnitten B bis E, Abfahrt 6.15 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis Rhein, Einfahrt LJ 654 nach Graz, Hauptbahnhof über Brak, in den Abschnitten B bis E, Abfahrt 6.56 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis Rhein, Einfahrt LJ 654 nach Graz, Hauptbahnhof über Brak, in den Abschnitten B bis E, Abfahrt 6.56 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 14 Einfahrt ICE 10.03 nach Garmisch-Partenkirchen über Lürenberg Hauptbahnhof in den Abschnitten A bis G, Abfahr 7 Uhr 12. Heute erste Klasse in Abschnitt A und E. Vorsicht bei der Einfahrt. Plattform 14, now arriving I.C.E. 10.03.2, Garmisch-Partner-Kirchen, via Nuremberg Main Station, in Plattform Section A.2.G. Departure 7.12, First Class Coaches today in Plattform Section A and E. Caution, the train is arriving. Gleis 9, Einfahrt des Sonderzuges 56, 8, 43, nach Ostsee Bad Binz, über Bergen auf Rügen, Abfahrt 8.27 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 9, Einfahrt des Sonderzuges 56, 8, 43, nach Ostsee Bad Binz, über Bergen auf Rügen, Abfahrt 6.25 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 9, Einfahrt des Sonderzuges 56, 8, 43, nach Ostsee Bad Binz, über Bergen auf Rügen, Abfahrt 7.25 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 1, Einfahrt des Sonderzuges 56, nach Ostsee Bad Binz, über Bergen auf Rügen, Abfahrt 7.25 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 9, steht RE11, nach Hoyerswerda, über Eilenburg, in den Abschnitten A und B, mit RE10, nach Frankfurt an der Oder, über Cottbus Hauptbahnhof, im Abschnitt B, Abfahrt 13.12 Uhr, zu. Gleis 9, steht RE11, nach Ostsee Bad Binz, über Bergen auf Rügen, Abfahrt 7.25 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 1, Einfahrt des Sonderzuges 56, 8, 43, nach Ostsee Bad Binz, über Bergen auf Rügen, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 2, Einfahrt des Sonderzuges 56, nach Ostsee Bad Binz, über Bergen auf Rügen, Abfahrt 14.30 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 2, Einfahrt des Sonderzuges 56, nach Ostsee Bad Binz, über Bergen auf Rügen, Abfahrt 14.41 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 2, Einfahrt S5, nach Halle, Nahle, Hauptbahnhof, über Leipzig, Hauptbahnhof, Tief, Abfahrt 14.46 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 15, Einfahrt IC 20.45, nach Dresden Hauptbahnhof, über Rügen, in den Abschnitten A bis C, Abfahrt 21.31 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 15, now arriving, IC 20.45, to Dresden Hauptbahnhof, via Lisa, in Platform sections, A to C, Departure, 9.31 Uhr, Caution, the train is arriving. Gleis 14, Einfahrt in J408, nach Zürich, über Karlsruhe, Hauptbahnhof, mit IC 60408, nach Zürich, über Karlsruhe, Hauptbahnhof, Abfahrt 23.20 Uhr, heute fehlt die Behindertengerechteeinrichtung und Rotte, ohne gastronomisches Anruf, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 15, die Anruf, gods, Abfahrt, Lassatur, nach Zürich, Regen, Bucks, in den Abschnitten A bis 4.1 Uhr, bis 6.45, nach Zürich, über Karlsruhe, Hauptbahnhof, mit IC 60408, nach Zürich, über Karlsruhe,199, nach Zürich, über Karlsruhe, unter Eintracht, Auspannisch, unter der Einfahrt, in den Abschnitten A bis 8.45, nach Zürich, bis 7.45, nach Zürich, über Karlsruhe. Gleis 15, Einfahrt EM 40458 nach Zürich über Karlsruher Hauptbahnhof, Abfahrt 23.20 Uhr mit EC 458, Ankunft 22.21 Uhr. Heute fehlt die behindertengerechte Einrichtung und heute ohne gastronomisches Angebot. Die Türen bleiben während der Zugvereinigung geschlossen. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 15, Einfahrt EM 3045, Fondant 1, Aufbahnhof, weiter als EM 3045, sich nach Heidelberg, Aufbahnhof über Brustal, Abfahrt 6.20 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 15, Einfahrt EM 4045, Fondant 1, Aufbahnhof über Brustal, Abfahrt 5.56 Uhr. Ankunft 6.20 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 15, Einfahrt EM 9045, Fondant 1, Aufbahnhof über Brustal, Abfahrt 18.30 Uhr. Gleis 15, Einfahrt EM 3045, Fondant 1, Aufbahnhof über Brustal, Abfahrt 19.20 Uhr. Gleis 15, Einfahrt EM 9045, Fondant 1, Aufbahnhof über Brustal, Abfahrt 19.20 Uhr. Aufbahnhof, Abfahrt 11.54 Uhr. Abfahrt 11.54 Uhr. Gleis 15, Einfahrt EM 9045, Fondant 1, Aufbahnhof über Brustal, Abfahrt 11.54 Uhr. Gleis 1, Einfahrt ICE 93 nach Wien, Hauptbahnhof über Brustal, Nürnberg, Hauptbahnhof in den Abschnitten A bis G, Abfahrt ursprünglich 11.54 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Ihre nächsten Anschlüsse, ICE 2860 nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof, Abfahrt 12.18 Uhr von Gleis 2, direkt gegenüber. ICE 2472 nach Berlin Hauptbahnhof, Abfahrt 12.28 Uhr von Gleis 10, RE2 nach Eichenberg, Abfahrt 12.33 Uhr, heute von Gleis 3. RE16 nach Weimar, Abfahrt 12.37 Uhr von Gleis 5 und RB23 nach Saalfeld, Abfahrt 12.38 Uhr von Gleis 7. Gas Gleis 2, Einfahrtien, EB 94, Start Ostseebad, links über Berlin Hauptbahnhof in den Abschnitten A bis G,h lois 6, BG 954 nach Ostseebad, links über Berlin Hauptbahnhof in den Abschnitten A bis G, Abfahrt, Abfahrt ursprünglich 12.05 Uhr, Zugriff in Brenzlau geteilt, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 1, Einfahrt ICE-107 nach München Hauptbahnhof über Nürnberg Hauptbahnhof in den Abschnitten B bis F, Abfahrt ursprünglich 12.50 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt. Ihre nächsten Anschlüsse? Gleis 2, Einfahrt ICE-107 nach Stuttgart Hauptbahnhof über Pulsar, Abfahrt ursprünglich 13.21 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt. Ihre nächsten Anschlüsse? RE 29 nach Fürth Hauptbahnhof, Abfahrt 13.52 Uhr von Gleis 2. ICB 24, Einmützig nach Karpul Hauptbahnhof, Abfahrt 34.30 Uhr, heute circa 20 Minuten später von Gleis 2. RE 55 nach Gleuten, Abfahrt 14.02 Uhr von Gleis 4, RB 44 nach Meiningen, Abfahrt 14.05 Uhr von Gleis 6 und RB 20 nach Leipzig Hauptbahnhof, Abfahrt 14.06 Uhr. Lj 4,ientern Sie in Afghanistan, Abfahrt 64.00 Uhr von Gleis 1. tentang 4.00 Uhr, Abfahrt 14.00 Uhr, Abfahrt 29.00 Uhr, Abfahrt 24.00 Uhr von Gleis 5 und Bfahrt 14.00 Uhr von Gleis 2. 256 in Platform Section C2F, scheduled arrival 21, 50, 4, caution, the train is arriving. Gleis 7, Einfahrt, ICB 94, nach Ostseebad Wins, über Stralsund, in den Abschnitten B bis E, mit ICB 16, 94, nach Ostseebad Wins, über Stralsund, in den Abschnitten F und E, Abfahrt ursprünglich 14 Uhr breit, Zug wird in Prenzlau geteilt, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 7, now arriving ICB 94, nach Ostseebad Wins, über Stralsund, in den Abschnitten B bis E, mit ICB 16, 94, nach Ostseebad Wins, über Stralsund, in den Abschnitten F und E, mit ICB 16, 94, nach Ostseebad Wins, über Stralsund, in den Abschnitten F und G, scheduled departure 14.03, Gleis 7, the train will be slidert in Prenzlau, Cush, the train is arriving. Gleis 2, Einfahrt, ICB 94, nach Schönefeld, bei Berlin, weiter als ICB 94, nach Schönefeld, bei Berlin, über Bernau, bei Berlin, 8, 15 Uhr 8, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 3, Einfahrt, RI 3, an einer Runde, über Berlin, sich anschließend, Siegen bis E, Anstand 5, 9 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt. Ihre längsten Anschlüsse, R.I. 9, der Ostdurch-Auffahrt hoch, über Rittnitz am Gartenrecht, Abstand 7.50 Uhr, von Glein 4, direkt in die Tüfer. R.I. 3, der Rückenwalde, über Berlin-Auffahrt hoch, Abstand 8.60 Uhr, von Glein 1. R.I. 3, der Rückenwalde, über Berlin-Auffahrt hoch, über Berlin-Auffahrt hoch, Abfahrt 8.31 Uhr, von Glein 6. Glein 6, Einfahrt RE 9, Bad Rittnitz, über Berlin-Auffahrt hoch, Abfahrt 7.59 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 2 steht Sonderzug 13.15 Uhr nach Koblenz Hauptbahnhof, über Hannover Hauptbahnhof, Abfahrt 9.15 Uhr.